Herzlich willkommen, Immorob, 18 oder 18. Heute mit einer ganz neuen Folge, einer ganz wilden Folge vor allen Dingen. Wir sind hier in einem meiner Mehrfamilienhäuser und meine Mitarbeiterin hat eine leere Gewerbeeinheit gefunden, von der ich bis gerade noch nichts wusste. Was hier drin ist und was wir daraus machen können, das können wir hoffentlich heute zusammen rausfinden, weil ich weiß es selber noch nie. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Spaß beim Video. Heute geht es um diese Gewerbeeinheit, die in diesem Mehrfamilienhaus hier ist. Das Haus habe ich schon mehrere Jahre. Das ist ja ein Haus mit 14 Einheiten. Und hier drüben ist noch so ein Hinterhaus. Da sind unten quasi, ist noch so ein Goldschmied drin, also so ein Schmuckladen, ein Juwelier. Dahinter ist die Tafel und noch irgendein Laden. Ich weiß gar nicht, was die machen. Gehört alles mit dazu. Und ich dachte, mein Haus ist voll vermietet. Und ich habe eine neue Mitarbeiterin und die hat das alles durchgeguckt und geguckt, was sie verschlüsselt. Und gibt mir diesen Schlüsselbund und sagt, Robert, da ist aber noch ein Büro leer. Ich sage, was für ein Büro? Sagt die, naja, der mittlere Eingang. Ich sage, das ist doch vermietet. Weil der Laden hier ist vermietet an das Sportgeschäft, das da vorn drin ist. Und ich ging jetzt die letzten Jahre davon aus, dass der auch vermietet ist. Also so schnell kann es gehen tatsächlich. Von 100 Schlüsseln war es zum Glück schon der 97. Die erste Ratte mir dagegen kommt nicht raus. Hallo? Nee, der ist wirklich leer. Hier war wirklich lange keiner drin. Den Geruch kann man leider immer noch nicht filmen. Naja, meine Mitarbeiterin hat jetzt eben gesagt, Robert, was mache ich mir denn mit dem Laden jetzt? Soll ich den vermieten? Da habe ich mir den Grundriss angeguckt und habe festgestellt, hier, da hier ist zwar eine Tür, aber die kann man getrost ignorieren, weil die ist A2 und dahinter geht es in die Gewerbeeinheit, die vermietet ist. Ach so. Bedeutet, es gibt weder eine Küche, was nicht ganz so schlimm ist, auch es gibt auch keine Toilette, kein Bad. Also ich habe jetzt hier einen Laden, mitten im Zentrum, was ja schon mal geil ist. Das ist hier so die Ladenfläche, hier sind die ganzen kleinen Läden und alles drum und dran. Aber ich meine, wenn du den vermietest, kannst du jetzt keinen Camping-Klo hier reinmachen, oder? Falls mal ein Kunde kommt, du setzt es sich hier um die Ecke. Öffentliche Toilette 15. Also das ist ein bisschen ein Problem, jetzt habe ich hier ein Büro und weiß nie so richtig, was ich damit machen soll. Und jetzt ist die Frage an euch, ihr dürft heute, das ist die Chance quasi mitzubestimmen und zu gestalten, was würdet ihr machen, wenn ihr, eine ganz blöde hypothetische Frage, eine Gewerbeeinheit hättet, neu, von der ihr nichts wisst, dann feststellt, dass die wahrscheinlich schwer vermietbar ist. Und ich gebe euch heute mal zwei, drei Varianten an die Hand. Und ihr stimmt heute in den Kommentaren ab, was wir mit dieser Bude machen sollen. Also, Variante 1, das ist wahrscheinlich die einfachste, aber fast zu schade ist ein Lager, oder, Tobi? Wenn jemand Lagerfläche mieten will, ist es ja eigentlich cool. Ich meine, ich könnte dann den Fußboden drin lassen auf jeden Fall. Der ist auch so schön, dass es so marmoriert, das ist Marmorfußboden, in Teppichform. Wir haben ja auch hier alle Anschlüsse, wir haben Strom hier. Also für ein Lager ist es eigentlich zu schade. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Ding ist tatsächlich. Jetzt kommt wieder die Messeinheit, Alamander. Naja, so 22 Quadratmeter. Naja, so 40 Quadratmeter. So, wir haben ja so 40 Quadratmeter Lager. Aber was willst du hier reinstellen? Du kannst ja keine Rampe. Ich meine, es ist natürlich easy, weil du musst ja tatsächlich nie weit reintragen. Von dem her geht es eigentlich. Aber Büro, wie gesagt, ist ausgeschlossen. Also ein Lager wäre eine Möglichkeit. Und jetzt hatte ich noch eine zweite Idee. Ihr kennt doch diese Snackautomaten. Das macht ja irgendwie gerade jeder. Und irgendwie verdient man da einen Haufen Geld mit. Und die stellt man irgendwo draußen an die Straße. Und dann dachte ich mir, boah, eigentlich wäre das doch cool, wenn du das zugänglich machst. Das heißt, du kannst dann abends hier reinkommen, wie so ein Spätshop ohne Personal. Weil Personal, als erfahrener Unternehmer kann ich euch sagen, Na ja, könnt ihr den kaoten hier zum Beispiel. Nee, also es ist halt, ist natürlich immer logischerweise Aufwand, Struktur dahinter, etc. PP. Das heißt, ich wollte jetzt hier kein Geschäft draus machen. Aber so ein Automatending, wisst ihr, was ich meine? Also du kannst ja mehrere hier reinstellen. Sieben Automaten hinstellen und hier machst du ein Lager rein. Du kannst sogar eine kleine Sitzecke hinmachen. Das heißt, man kann sich hier seine Cola, sein Zeug holen, bla bla bla. Und sogar hier abends mit seinen Freunden nochmal hinsetzen und unterhalten. Aber gut, wenn du dich hinsetzen willst, dann brauchst du wieder Toiletten. Vergiss es. Lassen wir es weg. Also wir könnten einen Spätshop machen, nur mit Snackautomaten. Das heißt, nur ein Getränkeautomat, irgendwie ein Automat, wo so kleine Salamis und Käse und so was drin sind. Oder Putra oder was weiß ich denn. Also alles, was man so braucht. Oder die weltberühmten Tacki. Geriebenen Käse zum Beispiel. Meine Frau nachts Nudeln kochen will. Wie oft habe ich es, dass ich nie weiß, wo ich jetzt noch geriebenen Käse herkriege. Und fahre dann an die nächste Tankstelle, die die Off hat, 30 Minuten. Ich könnte hier ist von mir nie weit. Tatsächlich auch hier vorne meinen geriebenen Käse in meinem eigenen Snackautomaten holen. Und natürlich Süßigkeiten. Die Frage ist A, was kosten die Automaten? Ich glaube, 10er fast. Es gibt glaube ich die Ranges von 3 bis 10. 3 bis 10, dann nehme ich eben für 3. Ja, da kommt nochmal dran, was für Systeme du haben willst. Ich habe mich da ja auch schon mal getötet. Aha. Mit tausendmal da gewinnt. Naja, aber das wäre an sich ja eine coole Nummer. Dann machst du hier das ein bisschen zu, die hässliche Tür. Baust hier so die Automaten rum. Ich bin ja, wie viele Automaten willst du hier reinstellen? Das ist halt das Problem. Ja gut, das müsstest du ja nutzen als Lager. Du brauchst ja für das, was du holst. Wäre es sinnvoll, wenn du kleine Lager hättest. Das ist natürlich, Tobi, du bist ein geiler Typ. Also wir hätten hier ein Lager hinten, das ist Tobis Idee. Für die Snackautomaten, du stellst die Regale ein. Da braucht der nämlich auch nicht mehr rumfahren, sondern der braucht nur ab und zu das Lager auffüllen. Derjenige, du brauchst ja trotzdem eine Person, die die Automaten erfüllt. Also ich bin es nie. Das kann ich auch mal vorwegnehmen. Das heißt, wir könnten jetzt gucken, dass das Lager in reinkommt, der Kunde einmal einfach das Ding hier auffüllt, stellen hier ein paar Automaten rein, machen hier so wie 7-Eleven, 24-7, irgendwie einen geilen Namen, Spätjob. Und wenn die Leute, wenn sich das eh mal rumgesprochen hat, sollte das doch gehen. Ja gut, das ist die Hauptfrage. Läuft jeder dran vorbei oder fährt jeder dran? Da brauchen wir es mal hier rausgucken, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn die Dame dran ist, die leuchtet. Also gibt mal ein Ding. Keine große Investition. Das Ding irgendwie 40 Quadratmeter für 80, 120 Euro als Lager an irgendeine Firma vermieten, die hier irgendwas Zeug abstellen. Oder mal 20, 30.000 Euro in die Hand nehmen, das Ding ein bisschen flott machen, Automaten reinstellen und darauf hoffen, dass die Kohle wieder reinkommt. Ich kann es nicht einschätzen, aber das ist hier wirklich so die Hauptmeile. Du hast hier Wohnhäuser, aber auch in dem Ort eigentlich die einzigen Ladengeschäfte, die es noch so gibt, also neben großen Rewe-Märkten und so, die sind alle eigentlich auf dieser Straße. Die Bank ist hier, der Gemüseladen, das Reisebüro, irgendeine Shoppingbude, Massagebude, also alles hier auf dieser Straße. Dann müsste das doch eigentlich gut funktionieren. Ja, denke ich auch. Also von daher, ihr dürft abstimmen. Ich bin noch unschlüssig. Ich werde mich jetzt mal informieren, wie genau das funktioniert und ob das nicht eine Option wäre, hier einen 24-7-Spätjob mit Snackautomaten zu machen oder ob ihr sagt, Robert, kümmer dich um deinen Scheiß, den du immer machst. Mach hier ein Lager rein, nehm die 100 Euro im Monat und Ende. Falls jemand sagt, ey, ich brauche einen Lager. Tobi, du bist für 300 Euro im Monat ein Lager. Nee, das will ich nicht. Falls jemand auf das Video sagt, ey, ich suche gerade einen Lager. Das ist ganz praktisch. Ach so, falls ihr ein Lager sucht? Ja. Hier, oder wenn ihr Snackautomaten aufstellen wollt, dann könnt ihr das Ding auch mieten, aber dann natürlich nicht für 3 Euro, ne? Ist auch klar. Also ich will dann schon beteiligt sein. Also witzige Geschichte, ich wollte es unbedingt kurz mit euch teilen. Wir müssen es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich habe ein Gewerbe gefunden, das Haus gehört mir sowieso, der Laden steht leer, also ehe gar nichts kriegst, es musste natürlich irgendwas rausholen. Und da mich vor kurzem, wie gesagt, jemand mit diesen Snackautomaten schon mal penetriert hat und dass das so eine tolle Sache ist und ich mittlerweile Immobilienmakler, den ich auf Instagram folge, sehe, die Snackautomaten nebenbei machen. Also es muss sich ja lohnen. Oder er verkauft keine Immobilien, das will sich natürlich nicht. Aber ich kenne auf jeden Fall einen, der hat auch schon ein paar so eine Dinge aufgestellt. Hier finde ich es aber fast noch geiler, weil draußen hast du natürlich immer das Problem, Genehmigung, Stadt, hier, da, bla, bla, bla. Hier wäre geil. Und? Wir haben noch... Ist das ein Gewerbe? Nee, 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 nee. Bei mir ist es nie. Da, hinter dem orangenen Haus, ist die Schule. Eine richtig große Schule. Wie geil ist das, wenn ich dort flyern gehe und sage, hey Kids, euer Pausenbrot. Und Nikola könnt ihr hier auch. Hier, guck mal, ich werde sogar ein geiles Leuchtschild drüber machen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Scheiße, jetzt habe ich Bock drauf. Na ja, gut, stimmen ab, was ihr dazu sagt. Danke fürs Zugucken. Ich bin über eure Ratschläge gespannt und würde mich auch drüber freuen. Falls einer sogar schon mal Erfahrung mit sowas gemacht hat, bitte auch gerne reinkommentieren. Ich gucke mir das an. Ich bin gespannt. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, nee. Nee, dann macht es nicht. Lass es einfach sein. Warum denn eigentlich? Abonnieren legen. Ich kann es mir selber nicht angucken. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Wie gesagt, kann ich mir kaum vorstellen. Ansonsten auf immerrob.de könnt ihr übrigens mit mir in Kontakt treten, wenn ihr eine Immobilie kaufen, verkaufen wollt. Dort gibt es auch mein Buch Taugenichts. Und ganz neu und ganz heiß, Thema Fix und Flip, wie das funktioniert, wie man damit wirklich 20.000 Euro mindestens mit seiner ersten Immobilie verdienen kann. Und das in sechs Monaten. Wenn ihr das wissen wollt, auf immerrob-taugenichts.de könnt ihr euch da informieren. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.